Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie werden sie erst fürchten, wenn sie sie verstehen. Und sie werden sie erst verstehen, wenn sie sie einsetzen. Mit Theorie kommt man da nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man uns eine solche Waffe anvertrauen kann. Aber wir haben keine Wahl. Wird irgendjemand Jemals Die Wahrheit darüber erzählen. Was hier passiert.